Dein Bruder, mit dem du dich gerade noch über Funk unterhalten hast, antwortet nicht mehr. Der Kamerad vor dir bricht plötzlich einfach zusammen und dann erwischt es dich. Während dein Leben nochmal im Bruchteil einer Sekunde vor deinem inneren Auge abläuft, fragst du dich, was ist da gerade passiert? Du und der Rest deiner Einheit. Ihr wurdet die Beute eines Scharfschützen. Der Scharfschütze ist ein Meister der Aufklärung und des Kampfes auf große Distanz. Seine Fokuswaffen sind Scharfschützengewehre und Präzisionsschützengewehre. Darum schaltet er auf Rang 10 ein Scorpio Scout Präzisionsschützengewehr frei. Auf Rang 20 schaltet er seltsamerweise eine MK14 Assault, also eine Sturmgewehrvariante eines Präzisionsschützengewehrs frei. Aus irgendeinem Grund, den wohl nur Ubisoft kennt, schaltet der Scharfschütze nur ein Präzisionsschützengewehr und ein Sturmgewehr frei und kein Scharfschützengewehr. Die beiden Klassenfähigkeiten des Scharfschützen sind Pferdelunge und Distanzkompetenz. Pferdelunge verleiht dem Scharfschützen initial die Fähigkeit, 50% länger kontrolliert zu atmen. Ab Rang 2 kann er sogar 100% länger kontrolliert atmen. Seine Fähigkeit, Distanzkompetenz entfaltet ihre Wirkung nur bei Benutzung von Scharfschützengewehren und Präzisionsschützengewehren. Dadurch kann er initial 5% schneller nachladen und erhält einen 20-Punkte-Boost auf die Handhabung der Waffen. Ab Rang 6 kann er sogar 10% schneller nachladen und bekommt einen 30-Punkte-Boost auf die Handhabung. Das Klassenobjekt des Scharfschützen ist der Sensorwerfer, mit dem er Sensorgranaten mit größerem Radius über große Distanzen abfeuern kann. Seine Klassentechnik hört auf den Namen Panzerbrecher und kann nur mit Scharfschützengewehren und Präzisionsschützengewehren genutzt werden. Bei Benutzung lädt er drei Kugeln mit panzerbrechender Munition in sein Magazin, die mehr Schaden verursachen und eine höhere Mündungsgeschwindigkeit haben. Um seine Klassentechnik aufzuladen, kann der Scharfschütze ganz allgemein Gegner töten, im Speziellen Gegner mit Kopfschüssen töten und Gegner auf große Distanz töten. Außerdem kann er seine Klassentechnik aufladen, indem er Schaden an Drohnen verursacht. Wie kannst du den Scharfschützen nun richtig spielen? Ganz einfach. Bleib auf Distanz. Kläre das Feindgebiet auf und schalte einzelne Gegner unauffällig aus, damit dein Team unbemerkt vorrücken kann. Außerdem beschützt du dein Team vor Gegnern, die ihm gefährlich werden können. Weidmannsheil Alles klar, Boss. Gehe dort hin. Verstanden. Wechsel.